Was geht ab Freunde, Khatar hier. Mein Klassiker ist Running von Farsight, weil ich den Song auf Viva oder MTV, was auch immer, damals gesehen habe in den 90ern und dann die Platte dazu haben wollte und die nirgendwo gefunden habe. In unserem CD-Laden gab es die nicht in Bonn, also bin ich irgendwann auf dem Flohmarkt gewesen und da gab es CD-Stände und dann habe ich die Fressen von Farsight auf so einer CD gesehen, das war das Album. La Cabe in California und ich hatte keinen Para dabei, auch die Jungs, mit denen ich war, hatten keinen Para dabei. Die Sonne war mies am Scheinen, Alter. Und wir haben Sissi gemacht. Die Jungs haben abgelenkt und ich habe mir die Platte geschnappt. Und zufällig war auch Murder Was The Case daneben, die habe ich dann auch direkt mitgenommen. Und wir sind gelaufen und alte, dicke Männer sind uns hinterhergelaufen, Alter. Running, Farsight. Farsight.